meine damen und herren und alle dazwischen und außerhalb ganz kurz was privates meine tochter die nalana die wird nächstes jahr eingeschult ist jetzt 16 haben wir gedacht so langsam muss es losgehen und natürlich können mein lebenspartner und ich nalana nicht in irgendeine schule schicken wir haben uns super viele schulen angeguckt erst mal die staatlichen natürlich die öffentlichen schulen aber ganz ehrlich was wir da gesehen haben kurz zusammengefasst das öffentliche schulsystem in deutschland meine meinung ist komplett im arsch gewalt drogen angst und außerhalb des lehrerzimmers ist es nicht besser marode gebäude keine seifenspender auf den toilet man kann froh sein es überhaupt toiletten gibt aber bitte kein toilettenpapier benutzen und auf keinen fall das wasser aus den wasserhähnen trinken mein gott öffentliche staatliche schulen in deutschland zum glück haben wir für nalana eine ganz tolle alternative entdeckt nur eine knappe autostunde entfernt ist ein ganz tolles super viele broschüren mitgenommen ganz tolles anderes schulkonzept ist eine schule die schule ist ein wunderbarer ort da an dem sich kinder frei entfalten können ohne leistungsdruck ohne undichte dächer ohne sitzen bleiben eine schule in der es um kreativität geht um entfaltung freies lernen um neue konzepte ich rede natürlich von der waldorfschule buchstaben lernen in der ersten klasse durch klang gesang und bewegung sollen die kinder die vokale und konsonanten verinnerlichen lernen mit allen sinnen ein typisches merkmal im waldorf unterricht im gegensatz zu pisse geruch dem typischen merkmal an staatlichen schulen ich weiß meine damen und ich weiß ich weiß ich weiß ja haha namen tanzen und so waldorfschule lustig es gibt jede menge leute die waldorfschulen richtig scheiße finden die waldorfschulen in deutschland fallen auf durch ihre verquere esoterik und inhärente pseudowissenschaft durch übergriffige lehrer mit antiquierten erziehungsmethoden und durch ihren okkultismus gepaart mit weit verbreiteter geheimniskrämerei ich habe auch erst geguckt wie sie okkultismus übergriffige lehrer ist waldorfschule ist das wirklich so gut aber seien sie mal unvoreingenommen so wie ich waldorfpädagogik hat viel gutes in der welt bewirkt der waldorfschule verdanken wir zum beispiel dieses politische schwergewicht im grünen polo hemd boris erasmus palmer wirklich war der gute mann heißt erasmus mit zweitem namen boris erasmus palmer waldorfschüler oberbürgermeister von tübingen und der rechteste grüne seit ihm hier somebody once told me dass waldorf waldorfschulen privatschulen sind waldorf schulen sind privatschulen und eine echte alternative zum höllischen öffentlichen schulsystem die waldorf schule ist eine privatschule warum auch nicht es gibt schließlich ein recht es gibt ein recht auf privatschulen sekunde artikel 7 hier das recht zur errichtung von privaten schulen wird gewährleistet ganz genau klar müssen mein lebenspartner und ich ab nächstem jahr dann jeden monat 400 euro schulgeld überweisen aber waldorfschulen fördern kinder ganz anders als diese fürchterlichen öffentlichen schulen ums fühlen und selber tun geht auch beim gartenbau in staatlichen schulen wenn überhaupt ein ag-angebot hier gehört es in der mittelstufe fest zum stundenplan auch holzwerken ist ein reguläres fach handwerklicher und künstlerischer unterricht nimmt in der waldorfpädagogik einen großen raum ein in manchen waldorfschulen gibt es sogar streichelzoos aber keine noten bis zur oberstufe und da haben wir und nalana uns gedacht sounds like fun und wir sind nicht die einzigen über 250 waldorfschulen gibt es heute in deutschland mehr als doppelt so viele wie vor 30 jahren aber auch kein wunder bei dem tollen pädagogischen konzept finanziert über das schulgeld von uns eltern denkt man erst aber es ist total geil den größten teil der kosten übernimmt trotzdem der staat fünf milliarden euro steuergelder sind in den letzten zehn jahren in die deutschen waldorfschulen reingeflossen aber es lohnt sich ja auch schauen sie mal hier schauen sie mal so kann schule aussehen sehen die kinder nicht glücklich aus sind das nicht tolle bilder träumt man nicht von der schule die so ist ganz ehrlich meine damen und herren mich mich fasziniert die waldorfschule mich fasziniert vor allen dingen dass es das ist ein ganzheitliches konzept ist das leider das leider leider immer wieder missverstanden wird entgegen dem allgemeinen vorurteil gibt es an waldorfschulen durchaus auch rechte winkel es gibt sie nur nicht ausschließlich sondern unter anderem die vielzahl an unterschiedlichen winkeln soll dazu anregen den blick schweifen zu lassen damit sich das auge auch einmal ausruhen kann ich habe immer gedacht wenn sich das auge ausruhen soll sollte man den blick möglichst nicht schweifen lassen ich habe zum auge ausruhen immer aspekte geguckt bislang aber naja warum nicht mal was neues ausprobieren einfach mal einfach mal weg mit den rechten winkel why not da spüren sie das merken sie das schon das strömen die gedanken gleich ganz ganz natürlich viel mehr im einklang mit der natur irgendwie es ist wirklich herrlich zu verdanken haben wir das waldorf konzept wie eigentlich alles gute auf der welt einem ehrgeizigen visionär aus österreich vor 100 jahren hat der privat gelehrte rudolf steiner die waldorfpädagogik entwickelt auftraggeber der tabakfabrikant mold chef der firma waldorf astoria mold wollte eine privatschule für die kinder seiner mitarbeiter gründen rudolf steiner der erfinder der waldorf schule eine schule benannt nach einer zigaretten firma waldorf astoria zigaretten in deren auftrag hat sich rudolf steiner die waldorf schule ausgedacht rudolf steiner war privat gelehrter er war hellseher und er hat super viele vorträge gehalten der war sowas wie der richard david precht der vorletzten jahrhundertwende und rudolf steiner hat sich nicht nur ein schulkonzept ausgedacht sondern sogar eine eigene weltanschauung die anthroposophie rudolf steiner muss ein charismatischer mann gewesen sein viele anthroposophen sehen in ihm bis heute einen spirituellen führer sein porträt das ihn mit dichtem haar und ernstem blick zeigt hängt wohl in fast jeder waldorf schule anthroposophie ich muss ehrlich sagen ich kenne mich damit ist nicht so ganz so aus irgendwie anthroposophie liebe kinder kann mir das jemand mal erklären bitte ich erzähle euch heute was über anthroposophie die wurde erfunden von rudolf steiner rudolf steiner hat gesagt er ist ein hellseher er hat so sachen gesehen um uns herum sind engel dämonen und gnome die sehen aber nur hellseher wie er das hat er alles erzählt überall weil rudolf steiner war echt viel unterwegs er hat das mit unserer erde erklärt erst gab es den alten saturn dann die alte sonne dann den alten mond von dem die erde dann die wiedergeburt ist sagt rudolf steiner und wenn die erde stirbt wird sie irgendwann zum planetenvulkan aha rudolf steiner hat auch gesagt es gibt wurzelrassen wir menschen in europa gehören zur arischen wurzelrasse es gibt auch noch die lemuria und die atlantia aber die arian weiterhin drückt sagt rudolf steiner dann hat rudolf steiner noch hell gesehen dass menschen sich alle sieben jahre verändern in den ersten sieben jahren kann man nicht so gut denken und hat nur einen physischen leib sagt rudolf steiner aber ich habe schon einen älterleib weil ich bin schon zehn dann hat rudolf steiner noch die sache mit dem karma hell gesehen das geht so dein karma ist gut wenn du nett bist machst du schlimme sachen wirst du im nächsten leben zur strafe krank deshalb ist mein onkel selbst brand schuld dass er an krebs gestorben ist findet rudolf steiner dann hat rudolf steiner noch an die vier temperamente geglaubt die heißen cholerika sanguinika phlegmatika und melancholika wenn einer ganz gebückt läuft und ein mageres gesicht hat dann ist das ein melancholika so wie zum beispiel jan böhmermann das ist anthroposophie hat noch jemand fragen nein keine weiteren fragen also ich weiß dass mit den mit den arian und den gnomen das klingt alles ein bisschen weird aber das wird ja so nicht in der waldorfschule unterrichtet die anthroposophischen konzepte sind nicht unterrichtsinhalt sondern elementarer teil des menschenbildes und der unterrichtsmethoden die fächer und ihre inhalte werden durch den filter der anthroposophie an die kinder herangetragen anthroposophie steckt in der waldorfschule nämlich überall mit drin so wie palmöl oder kermit das gibt es ja nicht kermit war in der schnecke als diese grünen hände gesehen habe ich erst gedacht ist menderes oder jörg knurr oder sowas aber dann war kermit drin krass ey ja 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 gut aber so ein bisschen anthroposophie hat noch niemandem geschadet ihr sohn friedolin zeichnete schon als achtjähriger gerne comics nach anthroposophischer auffassung sollte er aber in diesem alter nur flächig malen mit aquarellfarben oder wachsmalkreide doch friedolin hasst wachsmalkreiden einfach weil die viel zu dicken strich haben die farben sind zwar angeblich schön aber zumindest ist es viel zu dicker strich damit kann man nicht genau arbeiten friedolin ruhig bleiben ganz ehrlich wenn meine nalana plötzlich zeichnen würde wie ralf rute der würde ich auch die filzstifte wegnehmen ganz also nichts gegen ralf rute ist ein netter typ und so aber der strich ist zu dick und das alles nicht flächig genug ich finde waldorf rocks waldorf rocks wo gehobelt wird da fallen eben späne wo namen getanzt werden wird menschen auf die füße getreten wo gelehrt wird brechen kinderseelen das ist nun mal so in der waldorfschule geht man neue wege zum wohl unserer kinder deshalb lernen waldorfschülerinnen auch erst in der zweiten klasse lesen das steht so im offiziellen lehrplan auf der website vom bund der freien waldorfschulen das ist der verein in dem alle waldorfschulen in deutschland organisiert sind lesen lernen erst ab der zweiten klasse warum nicht entschleunigung frühes lesen lernen schadet der gesundheit die intellektuellen kräfte die man für das lesen braucht sollten nicht zu früh geweckt werden wenn sie nicht schon von natur aus vorhanden sind das steht im magazin des bundes der freien waldorfschulen und es klingt erst mal merkwürdig aber wenn man länger darüber nachdenkt ergibt es komplett sinn natürlich dürfen kinder erst lesen lernen wenn ihr erstes jahr siebt vorbei ist und sie schon ihren älterleib haben logo die waldorfschule interessiert sich nämlich für die körperliche die geistige und die seelische gesundheit unserer kinder und davon liest man in den mainstream medien ja gar nichts irgendwie ganz selten liest man davon in den mainstream medien was jede waldorfschule ist anders jede waldorfschule ist anders so wie jedes kind anders ist und was genau im klassenraum in der waldorfschule passiert das liegt immer ganz individuell in der hand der lehrkraft die lehrerin der lehrer ist eine extrem starke figur in der waldorfpädagogik und ich würde sagen sehr verkürzt waldorfpädagogik ist eine pädagogik vom lehrer aus und nicht vom kind aus ja waldorfschulen sind in ihrem kern autoritär autoritär ist natürlich erstmal schlechtes wort aber das sind fett zucker tier kadaver und steuer hinterziehung auch und daraus können wundervolle dinge entstehen köstlich an der waldorfschule haben kinder acht jahre lang dieselbe klassenlehrerin und die hat so gut wie alles in der hand auch wie viel esoterik hokus pokus im unterricht stattfindet wenn es um den anthroposophischen einfluss auf den schulalltag in waldorfschulen geht es ist wahnsinnig schwer zu sagen wie es dort wirklich aussieht es hängt von den eltern ab von den lehrkräften die dort sind und wie die anthroposophisch geprägt sind und wir haben auch einfach keine gute studienlage zur schulwirklichkeit es gibt keine gute studienlage zur schulwirklichkeit und solange es keine gute studienlage zu waldorfschulen gibt ist für mich ganz ehrlich erstmal alles in ordnung was in der waldorfschule passiert bleibt in der waldorfschule ist doch gut die lehrerinnen werden sogar extra ausgebildet in eigenen hochschulen instituten und seminaren hier zum beispiel fernstudium waldorfpädagogik jena inhaltsübersicht grundstudium seite 6 lektion 2 einführung in die anthroposophie die zweite lektion dient dem vertieften verständnis anthroposophischer grundlagen es wird die frage aufgeworfen nach dem sinn der menschlichen existenz das klingt doch gutes philosophie weiterhin lernen sie durch kurze beschreibungen verschiedene übersinnliche wesen kennen naturwesen und geistige wesen wie zum beispiel die engel sie bekommen einen einblick wie rudolf steiner die geistig göttliche welt dargestellt hat auf der einen seite christus auf der anderen seite das böse ja na und engel jesus pythagoras newton martin walser gollum samsam aus der sesamstraße ist doch alles was man sich vorstellen kann existiert ja auch irgendwie und das müssen kinder dann lernen ich zum beispiel habe jesus an ostern mit meinen eigenen augen noch gesehen ja jesus ja ich gehe mit dir bis ans ende rulolf steiner und ich wir verstehen dich wir glauben an dich jesus und an engel und ich glaube ganz ehrlich ich habe mich nämlich informiert ich glaube auch an die kinder betrachtung die kinder betrachtung die bis heute am waldorf institut witten angelehrt wird hier kinder betrachtung bedeutet lehrkräfte sollen kinder einem temperament zuordnen zum beispiel anhand der kopfproportionen der kinder oder am verhältnis ihres rumpfes zu den gliedmaßen oder ab und zu mal die temperatur der kleinen händchen überprüfen und schon weiß man quasi alles über den charakter eines kindes das funktioniert wirklich so was lernen waldorf lehrerinnen in ihrer ausbildung mache ich direkt mal vor kleines beispiel die pfefferkörner jana melancholikerin sieht man an der kopfform weiter ja das ist chem sanguinica schon allein wegen der frisur weiter wir sind da wo keiner sieht oh 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 natascha hat immer ganz kalte hände und diese auffällige ausprägung des mittleren gesichtsschädels und auch ihr muskeltonus sagt ganz klar phlegmatikerin weiter oh fuck stopp 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 ey und fiete von den pfefferkörnern mal ganz ehrlich dessen rumpf im verhältnis zu seinen armen ist einfach zu groß und außerdem hat er ganz viele rechte winkel in seiner frisur ganz klar fiete ist der schlimmste choleriker den ich jemals gesehen habe wir hatten uns doch geschworen keine weiber im kopfkopf hier meine meinung der könnte eines tages oberbürgermeister von tübingen werden meine meinung unterrichtet werden solche wissenschaftlichen inhalte von ausbildern wie ihm hier wolfgang weihrauch lassen sie sich nicht täuschen auch wenn er aussieht wie der reservebassist aus reinold beckmanns band dieser dieser mann hat sich inhalte für das fernstudium waldorfpädagogik jena ausgedacht weil wolfgang weihrauch kann mit geistigen wesen sprechen und mit bäumen und sogar mit küchenkräutern wolfgang weihrauch hat zum beispiel mal mit einem thymian ein interview über gnome geführt welche verbindungen hast du zur erde und vor allem auch zu den gnomen ich bilde zwar keine pfahlwurzeln sondern eher relativ flache trotzdem kann ich mich an stellen im eher gebirgigen gebiet gut festhalten hierbei helfen mir die gnome ich kommuniziere mit ihnen über die wurzeln ist doch interessant und lehrreich wie thymian mit gnome so zusammenarbeitet ich hab das nicht gewusst und ich weiß das wirkt es auf nervige kritiker die sich noch nicht genug informiert haben vielleicht alles ein bisschen unseriös aber solche inhalte sind garantiert wissenschaftlich weil ich sag nur hier grundgesetz die genehmigung ist zu erteilen wenn die privaten schulen in ihren lehrzielen und einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen ausbildung ihrer lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen schulen zurückstehen wenn gnome oder engel oder das temperament eines kindes anhand seiner kopfform bestimmen wenn das nicht wissenschaftlich wäre dann bekämen waldorfschulen doch gar keine staatliche genehmigung es gibt so viele leute es gibt aber immer noch so viele leute die die waldorfschule trotzdem schlecht reden und kritisieren ja aber so ist das nämlich in deutschland kaum macht man mal was anders kaum traut sich mal jemand in freiheit zu leben schon fangen journalisten und wissenschaftlerinnen an mit dreck zu werfen und natürlich muss sich die waldorfgemeinschaft dann dagegen wehren es gab ein versuch meine habilitationsschrift zur geschichte der anthroposophie vom markt zu klagen mehrere abmahnungen durch organisationen wie den bund der freien waldorfschulen und eine zurzeit laufende klage haben zum ziel meine veröffentlichungen zu behindern nachdem ich ein interview zu waldorfschulen veröffentlicht hatte wurde ich mit mails überflutet das ganze wirkte wie eine koordinierte aktion vier wochen später kam die unterlassungsklage macht mich so wütend waldorfschulen sind seit jahren opfer der brutalsten und rücksichtslosesten fakten hetz kampagne was sage ich der fakten inquisition und darum bekommen waldorf kritiker immer ganz viele abmahnungen zugeschickt auf zetteln die nicht flächig bemalt sind und 1 2 3 4 rechte winkel haben damit sich deren augen nicht ausruhen können zur strafe das macht mich so wütend wie alle immer die waldorfschulen kritisieren brauche ganz dringend jetzt regt mich so auf ich brauche ganz dringend erst mal agentum nitricum in der potenz d6 gegen aufregung schulangst und stechende schmerzen in der gebärmutter muss man aber vorsichtig dosieren weil die wirken über den placeboeffekt hinaus genau wie anthroposophie oder die waldorfschulen das wirkt ich spür's direkt und jetzt zeigen wir es diesen verdammten waldorfschlechtregnern los nele aus dem vorstand des bundes der freien waldorfschulen anfangs haben uns solche angriffe irritiert aber wir haben nicht reagiert damit ist jetzt schluss jawohl nele gibt ihn leute verklagen berichterstattung behindern ich muss sagen es tut gut zu wissen dass das schulgeld das wir für nalana zahlen auch für sowas eingesetzt wird für rechtskosten weil waldorfschulen brauchen niemanden der von außen reinfuscht weil waldorfschulen haben extra strukturen damit man alles intern klären kann als freie schulen haben die waldorfschulen die hierarchisch organisierte außenlenkung der staatlichen schulen durch eine freiheitliche verfassung ersetzt die selbstverwaltung erfolgt durch eltern und lehrerinnen und lehrer gemeinsam genau selbstverwaltung statt staatliche außenlenkung und zwar freiheitliche selbstverwaltung ganz anders als da draußen in deutschland das übrigens bis heute keinen friedensvertrag mit den alliierten geschlossen hat ich weiß nicht ob sie das wussten wenn es stress gibt klären wir das in der waldorfschule unter uns ganz im sinne von rudolf steiner schweigen wir über alles das was wir handhaben in der schule was in der waldorfschule bleibt bleibt was in der waldorfschule passiert bleibt in der waldorfschule ist wie in der katholischen kirche oder in der kolonia dignidad oder in der menschen family die probleme in der waldorfschule gehen niemanden da draußen was an darum ist echt ärgerlich dass das zdf magazin royal folgenden vertraulichen klassenbrief eines waldorf lehrers an die eltern seiner fünften klasse von einem gnome gesteckt bekommen hat am mittwoch war es das erste mal so dass die kinder das thema impfen thematisierten ich sage dann natürlich dass die eltern das entscheiden müssen auf jeden fall betone ich aber immer auch seit anfang der pandemie dass sie bitte wirklich keine angst davor haben sollen weil kinder fast nie ernsthaft krank daran werden ich betone stets die stärke die unser abwehrsystem hat wenn wir ein mutiges frohes leben ohne angst führen ein mutiges frohes leben ohne angst das klingt doch erstmal gut liebe wird aus mut gemacht das wusste schon nena und mut und liebe sind das beste mittel gegen corona haben wir heute morgen der kerbel und der oregano erzählt an der waldorfschule hilft gegen eine pandemie mut und liebe und demonstrieren hier noch eine interne mail eine kollegin bliebt im unterricht fern um an der demo in berlin gegen die corona maßnahmen teilzunehmen es gab in der konferenz ein aufruf durch ein hoch angesehenen kollegen an den montagsspaziergängen teilzunehmen und an parteitreffen gegen corona teilzunehmen parteitreffen gegen corona hä das klingt clever welche partei denn an alle die von den corona maßnahmen genug haben an alle die von dem politischen system genug haben und sich mehr mitspracherecht wünschen empfehle ich die junge aber nicht kleine partei die basis zu wählen die junge aber nicht kleine aber leider antisemitische partei die basis wofür man sich halt so politisch engagiert wenn im kitkat club der wilde bärlauch ein bisschen zu sehr rein kickt leider hat irgendwann jemand die polizei über die zustände an der waldorfschule informiert aber an der waldorfschule hat die polizei nichts zu suchen also wurde zum wohle der schülerinnen und schüler versucht intern zu klären welches verräter schwein die bullen angerufen hat der polizei hinweis ist ein beispielloser akt in unserer schulgeschichte und es bleibt die offene frage was waren die motive der personen die gegen kolleginnen denunziert haben und den schulorganismus in eine verratssituation geführt haben einfach nur peinlich den waldorf lehrerin ist absolut nichts vorzuwerfen hier noch ein internes dokument einiger lehrer waren aber auch hier klar übergriffig es wurden kindern masken runtergezogen oder es wurde versucht das tragen anderweitig zu unterbinden alles einzelfälle und einzelfälle bleiben einzelfälle auch wenn sie immer wieder passieren rechter lehrer an waldorfschule minden nach langem konflikt verlässt ein lehrer mit engen rechtsradikalen verbindungen die schule an einer waldorfschule wurden schüler über jahre hinweg systematisch missbraucht doch lehrereltern und schulleitung schauten weg jahrelang sollen lehrer der freien waldorfschule weimar gewalt gegen schüler ausgeübt haben in der waldorfschule müssen sich kinder eben ganz natürlich im grunde wie in der natur also in einer art natürlicher auslese durchsetzen und wenn mal was schief läuft dann haben sich die waldorfschulen eine perfekte struktur geschaffen damit niemand was davon mitbekommt und darum würde ich mich wahnsinnig freuen wenn sie auch vielleicht mal darüber nachdenken ob das nicht auch was für sie wäre oder ihre kinder die waldorfschule würde mich freuen wenn wir uns da ab nächsten sommer sehen in einer waldorfschule in ihrer nähe und wer sich für die einordnung der gelenkten mainstream medien zum thema waldorfschule interessiert das müssen wir der vollständigkeit halber sagen der kann sich jetzt über diesen link hier eine tolle recherche von krautreporter reinfahren muss aber nicht sein weil die informationen die ich verbreitet habe sind eigentlich ausreichend